Willkommen zurück, liebe Leute, zu einer weiteren Runde Plants vs. Zombies Garden Warfare und wieder werden wir vollgelabert von kleinen Scheißkindern. Willkommen zu einem neuen Part. Ich begrüße euch, Leute. Ist es nicht schön? Ist es nicht schön, so empfangen zu werden? Ja, ich finde auch. Das macht Spaß. Das ist geil. Das ist geil. So, hauen wir die scheiß Pflanze weg. Oh Gott, jetzt habe ich mein Tekling vollkommen umsonst benutzt. Bin ich doof? Jao. Nein, da konnte ich nichts mehr machen. Scheiße. Cooles Design, ja? Richtig künstlerisch. Cool. Ah, scheiße, Mann. Na gut. Ähm. Ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Wir machen das schon. Ich muss auf jeden Fall irgendwie meine Herausforderungen jetzt hier schaffen. Go, 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 Jungs. Los, los, los. Angriff jetzt hier. Großangriff. Setz doch mal die Scheiß. Manchmal denke ich, mein RRB-Knopf hakt. Ohne Witz. Ich hau da drauf ohne Ende. Will mir hier diese Deckung aufmachen. Äh, hinstellen. Na, geht nicht. So. Ja, scheiße. Oh Gott, ja. Egal. Aber wir sollten jetzt einen Sonnenblumen wegnehmen. Ja, genau. Ach, in einer Sitzung. Die Sonnenblumen in einer Sitzung machen. Oh Gott, nein. Das habe ich gar nicht gelesen. Shit. Okay. Yo, dankeschön. Danke für die Unterstützung. Oh yeah, Vorlagengeber. Das bin ich. Willkommen in meiner Welt. Ja, habt ihr das gesehen? Was ein geiler Move, Junge. Damit hast du nicht gerechnet, war du? Ananaskopf, du. Ja, ja. Alter, wie viel Sonnenblumen. Das ist, das ist ein Paradies. Da muss ich dort rein. Oh, was war das denn? Das war wiederum scheiße dafür. Aber der Move war doch geil. Er wollte mich gerade verschlucken und dann mache ich das Tekken. Zack, bam. Bin ich weg aus dem gefahrenen Gebiet. Ich muss auf jeden Fall eine Sonnenblume wegkommen noch. Ich will die Herausforderung schaffen. Ich will den Kerl hier aufladen. Jetzt mal ohne Witz dieses Scheißspiel. Nur irgendwelche kleinen Kiddies, die vergessen die Scheißhätsel ausmachen. Ohne Witz zockt es, aber haltet das Maul. Ohne Witz. Das geht einem so auf den Sack. Oh, ja. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Herausforderung abgesetzt. Ja, Schilde einsetzen, kein Problem. Geile Herausforderung. Haben wir jetzt schon zwei Stück. Das sollte machbar sein. Boah, ich drehe gerade ein bisschen durch. Ruhig bleiben jetzt. Ruhig bleiben. Concentration. Aua. Mann, ey. Ich wasche mich doch gerade. Hilfe. Hilfe. Nein. Der kommt da mit seiner ganzen Gang an. Was soll ich den Namen machen? Der ist schon wieder. Ist es der schon wieder? Ich hasse den Typen. Alles klar. Das ist kein Problem. Den machen wir weg. Den machen wir weg. Die rausfunden sollte ich noch packen. Achso, Schilde einsetzen. Zack hier. Zack hier. Der ist auch weg. Junge, was ist denn los mit dir? Was ist los? Komm, komm, komm. Nein, geht doch. Ja, Mann. Ich habe die Herausforderung. Ich bin der geilste. Zack, direkt die nächste. Na, läuft, oder Leute? Läuft. Zerstöre fünf Kaktus-Drohnen. Äh, obere drei Ziele... Alles klar. Das heißt, das ist machbar. Das ist machbar. Die Drohne... Setzen die Drohne gerade ein? Ist mir gar nicht aufgefallen. Aber ich glaube, die haben die Drohne ein bisschen eingesetzt, oder? He, he. So geil, der Wig-Kick. Ich wollte gerade sagen. Ich wollte gerade sagen. Boah, Junge. Gehe ich ab, oder was? Ach, das war's schon. Ja, so sieht's aus. Ja, so sieht's bitte aus hier. Wunderschön gemacht. Haben wir nicht gewonnen. Wir haben verloren, übel. Ich verwechsel das immer. Ich verwechsel das immer wieder. Man merkt das, glaube ich. Aber ich war ganz gut, glaube ich, in der Mitte. Was hab ich denn bekommen? Abschussmeister. Ja. Leute. Ähm. Der Typ hat da drüben schon wieder abgesagene. Drei Abzeichen. Respekt. Äh, Leute. Kurzer Cut, ihr kennt das. Kurzer Cut. Und dann, äh, machen wir gleich mit Runde 2 weiter. Wahrscheinlich jetzt auf Pflanzenseite. Ähm, ja. Bis gleich. So, Leute. Ähm, Runde 2. Wie gesagt, jetzt auf der Pflanzenseite. Und, äh, ich geh wieder mit meiner geilen Clowns-Sonnenblume ab. Ich versuche es zumindest. Gehen wir. Cool, Junge. Komm mit. Genau. Wir machen die jetzt platt. Sonst gibt es das Rematch. Es sei denn, wir werden jetzt wieder abgezogen ohne Ende. Wer weiß das schon. Wer weiß das schon. So eine geile Mütze. Äh, die will ich auch haben. Auch coole Käppi, yo. Die will ich auch haben. Geil. Alter, der Typ mit seinem Scheißbecher. Ich bin immer noch in der gleichen Lobby wie in den letzten beiden Parts. Äh, wundert mich nicht. Aber ich hab die Vorlage geschafft. Drei Ingenieure mit dem Sonnenstrahl. Ich glaube, die spielen hier nicht so viele Ingenieure, oder? Ich hab voll Angst vor dem Geruch. Aber das ist ja diesmal ein gutes Geräusch. Laser Strahl aktiviert. Oh, Mann. Jetzt versteckt er sich. Da ist er, da ist er. Ja, der Erste. Geile Sache, Junge. Oh, ich hab ihn trotzdem noch mitgenommen. Ich hab ihn trotzdem noch irgendwie mitgenommen. Okay. Also da ist trotzdem ein Ingenieur ist mit dabei. Den sollte ich mir vielleicht immer wieder... Was labern die wieder. Warum labert ihr? Warum labert ihr? Warum labert ihr? Wo ist der Ingenieur? Kennt ihr mich, oder was? Nein, Spaß. Ich spiele schon eine große Nummer in diesem Spiel. Nein, Spaß. Warte, Budi. Ich rette dich. Boah, hat er den platt gemacht. Habt ihr das gesehen? Nicht schlecht. Nicht schlecht. Jetzt müssen wir die Oshima eben leise machen. Nicht, dass sie uns voll labert, weißt du. Das kennt man ja, das kennt man ja. Mach ein Blatt, mach ein Blatt, mach ein Blatt. Muss ich das machen? Muss ich selber machen? Nein! Boah. Jungs, hast du Angst? Hast du Angst? Zeig niemals Angst und Krieg. Oh, shit. Das war ein bisschen viel für mich alleine. Hat die Shadow Elite mich direkt platt gemacht. Blablablablablablablablablabla. Ja, Junge. Du bist uncool. Uncool bist du. Ah, ich dachte schon. Ah, die sind doch scheiße. Die sind doch allesamt scheiße, Mann. Warum gehen die auf den Sanitäter? Warum gehen die alle auf mich? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das echt nicht. Was macht mein Team denn? Ihr müsst mich schützen, Jungs. Dafür heile ich euch. Ich versuche es zumindest. Naja, ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Ich gehe mal lieber mit dem. Boah, hat es mich weggeschleudert. Ich gebe dir Deckung. Nein. Boah, ich bin... Wir werden auseinandergenommen. Wir werden richtig schön auseinandergenommen. Gerade habe ich das Gefühl. Das ist doch scheiße, Mann. Oder? Ja, doch. Diesmal... Diesmal habe ich richtig geguckt. Die sind vor uns. Das kann doch nicht sein, was er ausgehalten hat. Dem habe ich doch jetzt ordentlich gegeben. Das kann man ja wohl schon mal zugeben hier, oder? Also, genug ist genug, Mann. Genug ist genug. Das kann ja wohl nicht angehen hier. Oh, Mann, ey. Nein. Warum habe ich nur für den eine Vorlage bekommen? Scheiße. Ich habe den zu spät gesehen, ey. Ah, das war's wohl. Shit. Schade. Mist. Na gut, Leute. Was soll man machen? Was soll man machen? Wir haben 93.000 Münzen. Das ist gut. Das ist wirklich gut. Das ist eine schöne Zahl. Und wie gesagt, ich habe sechs kostenlose Packs. Also, das Pack-Opening wartet nicht mehr lange. Ich muss mal gucken, ob ich wirklich 43.000 mache. Mal sehen. Ähm. Ja. Das war's, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr kennt das ganze Spiel. Wenn es der Fall war, liked das, wenn ihr möchtet. Und, ähm. Schaltet wieder ein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.